Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Quizfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SpielerDuell. Bitte begrüßen Sie Ihren Moderator, Louis Schaul. Herzlich willkommen zum SpielerDuell. Heute gibt es das fulminante Finale hier in Saalfelden. Wir haben vier super sympathische Kandidaten, die um die SpielerDuell Krone 2023 kämpfen. Stellt euch doch direkt einmal vor. Hallo, ich bin Derrick und der Köln gewinnt heute schön. Ich bin der Bright und der Bright weiß Bescheid. Ich bin der Phil und der Sieg ist alles, was ich will. Ich bin Enzo und der Leopold holt halt Gold. Mal wieder. Wir haben 26, 96 Spieler verschiedene Fragen gestellt und ihr müsst ihr raten, was sie geantwortet haben. Insgesamt gibt es fünf Runden. Ladies and Gentlemen, in den ersten vier Runden suchen wir immer nur die Top-Antwort. In der fünften und entscheidenden Runde die drei häufigsten Antworten. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wird eine falsche Antwort gegeben, ertönt dieses Geräusch. Dann hat die andere Mannschaft die Möglichkeit, sich den Punkt zu sichern. Wir spielen so lange, bis die richtige Antwort gegeben ist und dieses Geräusch ertönt. Am Schluss gewinnt das Team, das nach fünf Runden die meisten Punkte hat. Alles verstanden? Alles verstanden. Dann können wir gleich loslegen. Aber vorher zeigen wir euch noch, um welchen unglaublich fantastischen Preis es heute geht. Ein original Gilde Liegestuhl. Legen wir los. Wir haben vorausgelost, dass Phil und N zu Beginn dürfen. Danach wechselt das Recht wieder von Frage zu Frage. Runde Nummer 1. Wir suchen die Top-Antwort. 26, 96 Spieler haben wir gefragt. Welcher 96 Spieler ist am fleißigsten im Kraftraum? Ja, er kann es nur eine Antwort geben. Ja. Also, ich... Ich weiß nicht, wenn es gibt... Ich weiß nicht, wenn es ich bin. Aber es kann schon sein. Ja, es ist ein... Ja. Wir gehen mit Enzo. Und das ist korrekt. Vamos! Du darfst auch gerne was dazu sagen. Weil alle dabei, warum man jetzt nichts davon sieht, oder? Weil die größten Beatrix hat ja viel, die wir schon mal von allen festgestellt haben. Na gut, es steht 1-0 für euch. Runde Nummer 2. Wir suchen die Top-Antwort. Welcher 96 Spieler hat das schönste Lächeln? Schwierige Frage. Und das ist auch richtig. Sehr stark. Mit weitem Abstand die Top-Antwort. Verstehe ich nicht. Vor Nicolo Tresoldi. Ja, ich schoße die Lächeln. Ja, ja. David steht jetzt 1-1. Dann lächeln sie nicht mal so aus. Da spricht einer aus Erfahrung. Runde Nummer 3. Wer aus dem Team hat einfach immer gute Laune? Und das ist Rund 2. Ihr könnt auch schon, ja? Ja. 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 Und dann ist es wieder richtig. Sehr stark. Stimmt, stimmt. Seid ihr gefordert? Hattet ihr gesagt? Don't worry. Don't worry. Hattet ihr gesagt? Don't worry. Don't worry. Don't worry. Ja. Hat er sich verdient? Hat er sich verdient. Runde Nummer 4. Nicht in die Karten schauen, bitte. Hattet ihr gefordert? 26, 96 Spieler haben wir gefragt. Wer gönnt sich am häufigsten einen Mittagsschlaf? Ja. Ja. Das ist easy. Ja, au reich. Ja, hau raus. Ich würde sagen, ich. Du? Ja. Das ist auch richtig. Let's go! Willst du irgendwas dazu sagen? Bitte. Nein, nichts. Das müssen wir wieder klar machen. Easy. Damit steht es 2 zu 2. Und wir kommen jetzt zur entscheidenden fünften Runde. Hier und jetzt wird das Finale entschieden. Sehr spannend. Seid ihr aufgeregt? Ja. Wie cool. Man merkt es. Ich spüre es auch ein bisschen. Wie cool, wie cool. Noch mal kurz zu den Regeln. Wir suchen die 3 häufigsten Antworten. Und das Team, das die letzte Antwort gibt, hat auch am Ende die 3 Punkte und damit das Spiel gewonnen. Ihr dürft natürlich beginnen. Auf geht's! 26, 96 Spieler haben wir gefragt, auf welches Duell freust du dich in der neuen Saison am meisten? Und jetzt hätte ich gern 3 Antworten. Die erste Antwort, Herr der WSC Berlin. Das ist richtig. Braucht nur noch 2 Antworten. Und? Und Braunschweig. Ist korrekt. Schalke. Schalke? Ja. Schalke. Und das ist richtig. Ja. 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 Damit steht der Sieger fest. Und ihr gewinnt neben Ruhm und Ehre natürlich unseren fantastischen Preis. den Original-Gelde-Liegestuhl. Das war das große Finale vom Spielerduell 2023. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.